das wird dann noch mal eine schöne Sneak Action ich brauch den nur, ich brauch mal ok 75 Meter Wegstrecke wisst ihr, weißt du was ich könnte ich weiß jetzt gerade nicht, wie das so war das, ne sollte das nicht einfach ah, ich kenn das gar nicht das ist jetzt aber auch egal, wenn wir jetzt uns hier enden tausende real waren das jetzt hier das war jetzt zwar nicht die feine englische Art, aber ich möchte jetzt den Plünders ein blanco klaro ein blanco klaro ein blanco klaro so ehl anders und nach gut dann würde ich mal sagen die Truhe wär schlau dann dann komm 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 Das hier oben wird ja echt lustig, muss ich echt sagen. Aber heute... Er ist weg. Ja, wir hätten höchstwahrscheinlich auch, uns hier hochklettern, hier hochklettern können. Den dann da mit in die Luft jagen können. Oder halt einfach ein Fliegen, also ein Sprungattentat machen können. Das war mal wieder doof gelöst. Ne, war echt doof gelöst. Also hätte man besser machen können. Keine Frage. Besonders, weil hier noch so ein Heuhaufen ist. Oh. Oh, oh, oh. Wie komme ich jetzt schnell raus? Hier hoch. Besonders, wenn ich da noch so truhen möchte. Wo ist denn da einer? So schnell geht's, mein Freund. Tschö. Ich kann nicht treffen, wenn ich da bei uns sein kann. Venga, no bajes al Ritmo. Basta, no quiero estar implicado. Alles okay? Hm? Bei dir. No. Basta, no. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. horses, fahren. Oh, oh. Oh. So, und dann haben wir hier nochmal einen, mal so als Frage, die immer so in den, ja, die immer so gestellt ist. Bist du uns jetzt, warte mal. Natürlich cool, aber ich will jetzt trotzdem mal bei Schwerzsets den Offiziersrapier. Das ist der Beste gewesen, ne? Ja, ja, hier ist nur Schaden und hier war auch Schaden, das ist besser, aber Geschwindigkeit 5, Kombo 4 und Schaden 3, was gibt's denn ein Besseres? Wir könnten jetzt mal, wenn wir mal wollten, mal ausprobieren. Oh, was wir machen konnten, ist. Oh, das war nice. Das war mal wieder nice. Das war ein richtig geiler Doppelattentat. He, he. Macht Spaß. Dann werden wir 9000, ist auf 9000 Span für die nächste Kanunastar. Ja, hier hoch. Und dann geh hier rum. Und dann ist es anders. Und dann machst du hier nach da. So, hier hoch. So, wo ist die Truhe? Ich wollte eigentlich ja mal unsere... Ich wollte eigentlich ja mal unsere... Das könnte ich grad gar nicht sehen. Oh, jetzt könnte man zum Beispiel ein Sample machen. Das sähe ja echt cool aus. Na ja, da wir ja jetzt die neuen Schwerter haben. Ab zur Hauptquest. Wir sind mal wieder... Wir sind mal wieder... Meilen entfernt. Aber das ist ja nicht schlimm. Oh Gott, ich lauf da hin, ey. Wir sind uns nicht mit angereicht. Ich freu mich drauf. Das müssen wir auch mal machen. Ah, ah. Piraten retten muss. Darauf freu ich mich doch jetzt mal. Ach komm, guck mal, wie schnell das jetzt mittlerweile alles geht. Also ich hab jetzt nicht gesehen, dass die überpowered dimensional waren. Aber ich glaub, die waren schon was schneller, oder? Und mal ehrlich, mit den besten Schwertern, was soll uns denn da noch passieren? Ich würde schon behaupten, dass wir echt... Vielleicht sind wir nicht der Beste. Also es gibt bestimmt welche, die bei einem höheren Fortschritt schon mehr, bessere Waffen haben. Allerdings... Weiß ich nicht. Muss ja jetzt an hier nicht der Beste sein. Da sind schon wieder der Beste, die drei, vier, die labern. Ach, die Stadt sieht einfach nur lebendig und nice aus. Guck mal, jetzt sind wir in der... In der... Morgen... Also wenn die Sonne aufgeht, im Morgengrauen... Ab. Hier am Strand entlang. Das sieht doch einfach alles so schön aus. Und warte mal. Oh yeah. Das sind geile Katzen. Meine Fresse. Was soll das denn... So ein... Jetzt geht ab. Wer ist das hier? Ich hab' ein Attentatsziel. Wisst ihr was? Guck, so schnell kann's gehen. Das hab' ich gar nicht gemerkt, dass ich noch ein Attentatsziel hatte. Aber ich erinnere mich, wo wir sind. Und warum hab' ich jetzt gerade wieder nur 20 FPS gehabt? Ah, Moment. Hä? Aus irgendeinem Grund hab' ich gerade 20 FPS. Und ich verstehe nicht warum. Warum nimmt der jetzt schon wieder mit 20 FPS nur auf? So kann ich nicht spielen. Das sollte dem klar sein. Ah, jetzt geht's auf einmal. Lustig wird noch. Obwohl ich hundertprozentig die Grafik unterstellen muss. Wenn wir auf dem Meer sind. Ich mein, meine neuen Rechner-Teile sind heute noch nicht angekommen. Jetzt ist da die neue Grafikkarte. Aber die Grafikkarte ist zwar gut, saugut. Ja, die Grafikkarte ist echt gut, würd' ich mal sagen. Jetzt bin ich ganz schön. Ich komme hier hoch, nein, natürlich nicht. Also, es ist schon nice, man muss das, oh yes, mit den Schwertern geht das doch mal hier ab, ja, also, das waren mal eben 10, keine Ahnung wie viele. Also, ihr habt gesehen, es lohnt sich, diese Schwerter zu kaufen, auch wenn sie vielleicht nicht den meisten Schaden machen und man mit den anderen Höchstenscheiden immer zack zack, zweimal tot, irgendwie sowas macht, sind wir doch jetzt eigentlich im Schwertkampf fast unschlagbar. Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt's irgendeinen Story gebundenes besseres Schwert, also wenn es jetzt noch ein besseres Schwert natürlich gibt, was ich jetzt innerhalb von, sagen wir mal, wenn ich es eine Stunde oder so brauche schon, um das zu kriegen, hab ich kein Problem damit. Also, eine Stunde ist auch scheiße, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, wenn es das lange dauert, das zu bekommen. Wo ist denn mein Ziel? So, wie krieg ich da, wie komm ich da rein am besten? Das ist die Frage. Eigentlich muss man nämlich wieder jetzt die Taktik machen. Ähm. Da ist schon wieder so ne scheiß Geiselbefreiung. Eigentlich muss man nämlich jetzt nämlich wieder. Sag mal, warum hast du die denn nicht? Das ist auch egal. Okay, damit wäre das. Schieße erlauben Ihnen, Missionen mit interessanten Veränderungen erneut zu spielen. Und dadurch denken Sie aber daran, dass währenddessen kein Fortschritt gespeichert um ein Sheet zu öffnen. Aktivieren, öffnen Sie das Browsermenü, gehen Sie in den Bereich der Herausforderung und wählen Sie Option Sheet aus. Das werde ich nicht machen. Also nicht, ja, wir können jetzt nicht. Oh. 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 Oh.